Nein, DIN A4 ist 21. Ja, und der Block ist ein bisschen breiter. Ja. Nochmal. Ja, da ist sie. Da oben einfach mal oben. Dann passen. Ja, mal kurz. Die haben wir gesehen. Die brauchen die Platz. Die ist einfach gemocht. Ich hab's genau gesehen. Die bewegt sich nun. Ach jetzt, du siehst das gleiche? Ja, da ist sie langsam. Ah, nee. Der fällt mir auch. Ja, das schaust vorne. Ja, schützt da oben. Einigermaßen kannst du schauen, ob hier noch andere da ist. Ich rette jetzt das arme Tier hier. In die Natur da oben. Ja, mach ich. In die Natur. In die Natur. Das arme Tier. Mörder. In die Natur. In die Natur. In die Natur. In die Natur. Ich hab's mal mit dem Auto gemacht. Ich hab's mal mit dem Auto gemacht. Ich kann den Punkt fahren lassen. Super. In die Natur. 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 Ich hab's genervt. Ich hab's letztes Jahr beim Isertrail aufgenommen. Ich habe aber nicht gesehen gehabt, dass ich oben Wasserdrehen geklappt habe. Dann habe ich immer so einen Leuchtpunkt. Rot, rot. Du siehst den Busch da oben, wo es in den Tiefen reingeht. Ich komme nicht drüber. Jetzt hänge ich wieder an die blöden Wurzeln. Ich muss dieses blöde Tor noch fahren. Rein für die Kamera. Jetzt mal über diese blöden Wurzeln drüber. Dann rein wir es noch drüber. Jetzt rechts. Wo hänge ich jetzt? Vorne mit der Stoßstange der Wurzeln. Und durch so eine Aktion hat das dann irgendwo die Grenzen mit reingeschossen. Und ich bin vorne auf die Grenzen dran. Ich habe sie nicht gesehen, weil ich mir absolut. Das war alles da irgendwo. Weil der Bär es geschafft hat ohne. Das ist der Senkrechte Stempen. Das ist der Senkrechte Stempen auf dem linken Vorderrad. Das war gestern. Das war gestern besser zum Fahren. Das war gestern besser zum Fahren. Jetzt wird es interessant. Wie tief ist es jetzt ausgefahren? Rot, berührt, platt. Blau, platt. Aber da kommt es durch heute. Blau, berührt. Blau, berührt. Blau, getrocknet. Blau, getrocknet. Ja. Oder? Keine 45 Grad. Ich fall wieder als 2-Achse, siehst du das? Ja. Ja, ich habe keine Koste. Warum? Ja. Gehen wir noch rum? Ich weiß nicht. Ich komm rum, komm rum. Ja, rolle. Ich bin glücklich. Gut. Naht? Ja. Ja. Ich bin noch nicht drüber, Lukas. Ich bin noch nicht drüber, Holger. Ich bin noch gut dran. Ich bin noch nicht drüber nach. Ich bin noch nicht drüber. Ein bisschen verdreht. Ja, das ist dann sind wir uns drüber nach vorne. Ich bin doch nicht drüber nach vorne. Ich bin auch nicht drüber. Ich bin wieder nach vorne. Ich bin noch nicht drüber. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Das ist dann besser. Oh, oh, wir sollen das kurz zum Fahrzeugen? Ja, da musst du uns gleich einlegen. Ja, ja, aber, verstehst du, das war gestern da unten, das war jetzt so. Ja, die haben die Tore umgesteckt, gestern. Oder heute, wer auch immer das war. So, ich bin bescheuert, du bist zu bezäh. Das ist umgesteckt worden, das stimmt auch nicht mehr so wie gestern. Ja, das ist halt bis gestern hochgesetzt worden. Das ist sowieso zu schwer, aber das hat sich halt drastisch verbessert. Das war schon von mir, heute ist es fahrbar. Ja, für den Rest ist es fahrbar, ich hoffe, es ist jetzt so wieder schwierig. Das ist zu eng, hör mal auf, fahr nochmal zurück. Bernhard, Bernhard, fahr nochmal vor. Ja, das Tore nochmal umstecken, ein bisschen schmarrn so. Ja, das ist doch schön. Hast du das Beruht, denn bei mir? Ja, das war gestern auch hier. Das war eine schöne Mulde. Also, jetzt gehe ich wieder von hier rein. Nein, 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 nein. So, jetzt ist's auch. Ja, nein, nein, nein. Mach mal okay. Ja, guck mal. Ja, guck mal. Juhu. Der Blatt ist gesund, aber er ist okay. Okay, ich sag schon nichts mehr. Der ist ein Schuss, der ist ein Schuss. Der ist ein Schuss, der ist ein Schuss. Der ist ein Schuss. Der ist ein Schuss. Eine Prostruktion, wenn die Flotstruktur-Achsen werden, wird er gekriegt werden. Also, ja, man kann man nicht... Dann müssen wir das doch nicht nachdenken. Das ist ein Schuss. Das ist gut. Das ist gut. Damn it. hinter dir oder da. Ach so? Ja. Ja. Das ist der Strandились. Und das ist ein Schuss. Und das ist wieder nach dem Umfang zu zunut等. Rasches Nordfr Testing und Martin. Ihr kommt natürlich dazu in Garten in die Fenster trade line zu. Genau. Das roster macht füréisgeidigt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017